jo leute herzlich willkommen zu einer weiteren folge von pogno und wir sind diesmal nicht allein also hier schon aber wir skype mit jemanden nämlich mit dem hallo hallo und kannst ihr mal sehen wie weit du so kommen ist ja ich habe jetzt erste folge naja ich lade ja leider nicht hoch aber mein aufnahmeprogramm ich bin jetzt gerade gegangen ich bin jetzt voll iron und das mit den dias jetzt sehen konnte der letzten videos das war natürlich nur fake zu behindert hast du genug essen ich habe 11 ich habe 11 porkchop also ok ich habe ich habe über 30 was jetzt machen ich wollte packel machen ok leute wir wollten ja hier runter gehen in die höhle aber hier noch eisen und hier unser lager aufstellen das können wir hier erstmal machen ich suche sie eigentlich erst mal wasser blöd ist aber während des ersten videos wo ich da geschrieben habe dass es verpackt ist aber einfach zwischendurch war die maus einfach mit im in-game drin ok ja meine höhle ist hier irgendwie ein bisschen behindert die ich habe ich glaube ich baue mich einfach gleich runter muss mal gucken da war glaube ich die border ich glaube ich muss mich hier oder keiner von euch hat eisen weil keiner dieses komische achievement bekommen was ich da hatte also gebratenes eisen hat keiner von euch oder doch doch nicht du musst eigentlich haben ja ich habe ich bin hat ich finde ich wollte jetzt einer oberfläche ist und schon bogen hat als ob kongor ein bogen hat er hat er doch geschrieben oh leute ich baue mich runter direkt eisen nice du willst nicht wissen ich habe auch schon mehr als genüge eisen ja ich brauche noch eisen du bist ja auch schon voll albern hast du ja gesagt ein bisschen kohle kann man auch noch mitnehmen ich kann auch gleich facke machen ich habe auch schon eisenschwert also wenn du wenn du kampf willst ja ich bin bereit kein interesse danke so ich mache jetzt mal für euch ein bisschen mein gott ich glaube ich habe zu wenig holz mitgenommen ich habe ich habe noch 28 holz so leute reisen nehmen wir mit und schön große quelle das schön ich nehme kohle immer mit manche man geht es mir einfach wirklich an kohle aber ich habe es ja genug ja ich habe jetzt ich habe den kohle erst mal vom braten und dann kommen wir uns mal weiter runter ist behinderte erde ich suche eigentlich eine höhle eine höhle sind richtig gut und wieder eisen ich habe eine höhle gott scheiße ich habe keinen bock jetzt hier durch mobs wird man jetzt kurz mal ein bisschen kein bock durch mobs zu sterben machen jetzt erstmal noch ein bisschen rüstung die baus war einfach mitnehmen spiel ich bin jetzt hier mal runter gesprungen lol oh mein gott jetzt noch mal eisen das ist ja ganz nice ich habe ich habe einen minenschacht gefunden welches level bist du in level 7 level 8 aber es gibt hier leicht druck klar teilweise muss ich erst zweimal abbauen jetzt habe ich schon wieder keine uhr gestellt das waren das 25 ja ich habe auch kein nachgebung gestellt also dass ich muss 40 aufmacht ausmachen kannst du zu 40 ja ich bleibe einfach noch im anruf drin ja so bei dir auch schon ist wirklich extrem ja ist nicht beabsichtigt ich weiß nicht ob ich diese folge schon im minenschacht erkunde ich möchte erst voll iron machen ja minenschächte sind eigentlich das einzige gefährliche minenschächten sind diese spinns das ist ein creeper so tot ich glaube leute ich baue hier erstmal nochmal alles auf damit ich voll iron mache das hier baue ich mal ab sonst sehe ich nichts wie hinter mir was kommt jetzt ich nehme danach luis glaube ich ich gehe danach direkt aus dem server und suche nach dem lavasee einfach nur um die hülle zu finden ok weil ich habe halt den lavasee gehört aber ich weiß nicht wo der ist ich kann auf jeden fall glaube ich dieses mal voll iron machen und ein kleiner tipp unter gegnern nimm viel eisen mit da wegen dem anbössen später ich nehme auch alles eisen mit was ich finde am ende hat man kein eis für den hambos so bisschen kohle hier noch genug essen haben wir ich hab nicht vielleicht wie viel zuckerrohr hast du sechs ich habe einfach zwei wäsche abgebaut aber jetzt kann ich ja hier unten noch an soll ich dir sagen wie viel zuckerrohr ich habe wie viel ein stack und ein zuckerrohr erwerb das eine weg das unnötige ein umsatz macht so die schon wieder ein creeper sie gibt wie sport bei diesen minenschacht sich verarscht so ich könnte man die spinne zu mitnehmen könnte ich mir direkt auf den bogen machen oh mein gott ist ein schlucht digga da unten sind diamanten nein scherz also jetzt sind da unten ja wirklich diamanten aber jetzt vor mir diamanten findest die raster aus ich glaube mir mangelt wirklich an holz ne ja ich muss glaube ich auch noch mal hoch irgendwann zum holz holen das ist jetzt immer die fackeln überhaupt ein bisschen alter meine erste eisenspitzhacke ist einfach schon schrott so hier ist ne truhe nein leider keine dias oh mein gott wären da jetzt in serien in serien truhe dias drin gewesen ne das wäre so genial meistens sind es nicht so viel aber meine eisenspitzhacke ist schrott aber ich weiß nicht warum das bei mir bei skype rauscht wenn wir in einer konferenz zu dritt drin sind dann rauscht es nicht das stimmt ich habe auch schon lapis lazuli ja ich nicht soll ich in die schlucht gehen oder soll ich die minen schafft weiterkunden ja ich würde erstmal gehen so alter ich habe irgendwie angst da rein zu springen ne ja ich hab immer schiss wenn ich irgendwo runterspringen soll ja ok komm juli springen jetzt runter mich jetzt sterbe digg Anna ich rasse aus so jetzt musst du noch ein eisenschwert machen duis ich bin zurzeit einfach unbewaffnet ach doch ich bin so dumm ich hab okay hier ist einfach so hey das sieht richtig künstlich aus dieses loch hinboden als ob jemand dias ausgegraben hat ja bald hier kann eigentlich keiner sein aber ich habe auch schon zwei fäden so so aber weiter ich finde ich glaube das diamanten da ich sehe das nicht wegen dem wasser ich glaube nicht oder ne nur eisen leider sind wir eigentlich auf welcher höhe sind wir hier warte mal kurz ähm Höhe 23 halt das ja noch viel zu hoch so ist jetzt in der schlucht ja ich bin jetzt in der schlucht ist gold mit klar so jetzt fassen oh diese behinderten mobs her ja so 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 eisen hier auch noch mal kurz mitnehmen so pfff ich schlucht es aber das machen irgendwas wichtiges hier gehts runter in der zweiten folge diamanten wär natürlich ganz gut ne ich wär eigentlich jetzt auch diamanten aber ich glaube ich glaube ich gehe noch mal kurz raus und mach mir einen wassereimer da ich möchte mir noch schnell 2 minuten so was noch 4 minuten auf 15 minuten gehen halt echt schnell rum hm jetzt noch mal eisen das wasser das möchte ich mir gerne holen ich hab auch so Schiss und wenn ich Eisen von oben abbaue dass da irgendwie Kies runterfällt und mich zerbrückt ist hier die Quelle bitte sagt hier das ist die Quelle von dem Wasser hier ist oh dankeschön hätte man wieder so ewig weit hoch schwimmen müssen ich weiß nicht ich glaube ich gehe vielleicht sogar raus und so hier sieht es erstmal ganz gut aus ich möchte da den Lavasee überflogen so so hä haben wir hier hinten oh mein Gott nicht hier reinfallen bitte so komm diamanten bitte aber ich kann nicht mehr lange ich muss gleich runter oh und hat der geschrieben? weiß ich gar nicht konga left hä? ok muss ich nicht verstehen sind wir eigentlich auf die Höhe jetzt? ja Höhe 11 oh schummelt Timo hat nämlich nicht in die Gruppe geschrieben ja weiß ich vielleicht hätte irgendwelche Probleme ist mir egal hier ist Redstone und der Lavasee geht hier weiter glaubst du an die Legende dass in der Nähe von Redstone Diamanten sind? ne hab ich zumindest noch nie gesehen aber ich wünsch so gerne ich hätte Sandro als Teampartner in diesem Projekt Sandro baut sich straight zu Diamanten in Revo wir bauen uns runter er baut sich oben in der Ecke und dann sind da Dias ok da hinten war noch ein Lava so ich geh da mal hin mit dem hatte ich jetzt kein Glück also noch will ich eigentlich nicht Strip meinen vielleicht erst mal gucken ob ich so ich auch nicht aber ich so Leute ich wollte ja Fackeln aufstellen hier bitteschön für euch das LARP ist noch mehr oh mein Gott ich hab glaub ich hab jeden was Gutes erwischt ich glaub ich ist neben mir einfach ein Skelett gespawnt ja die Cola habe ich jetzt ja dann müssen wir runter vom Server ich muss jetzt glaub ich gleich runter ja du kannst noch zwei Minuten ja wird's noch im Anruf drin bleiben ja eigentlich will ich nochmal unten aber ohne dir äh ohne dich weil ähm ja willst du jetzt noch die zwei Minuten im Anruf drin bleiben oder? ja ich bleib jetzt achso ja im Anruf bleib ich noch drin sag mal Björn dass er runter muss nein kann grad nicht ich sag du ihm das weil ich muss ja jetzt noch die nutzen in die Zeit ich möchte gucken der Monten so am Ende falle ich hier noch rein und das läuft's manchmal zu äh pfff okay äh du würdest nur meinte grad wir sollen vielleicht noch die Regel machen dass wir halt äh nur vier Folgen pro Tag maximal aufnehmen dürfen okay hab ich nichts gegen oh mein Gott dieser Lavasee ist so vielversprechend ich möchte einmal hier noch kurz rüber gehen ey als ob bei meinem Pech sind ja eh kein Diamanten bei diesem Lavasee oh Björn ist ja eh runter jetzt du hast noch eigentlich kannst du jetzt runter Louis du musst jetzt glaub ich runter naja bleibt noch ne Minute ich sag dir kurz dann ist noch Gold jetzt geh ich noch einmal kurz in die andere Richtung und dann geh ich runter okay Leute die Lavasee erkunden wir in der nächsten Folge wir bauen uns hier mal ein sonst sterben wir noch irgendwie keine Ahnung so das war's von dieser Folge tschüss haut da rein bis zum nächsten Mal tschüss Konnichiwa bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.